Willkommen zurück hier bei Let's Play, ähm, oh, die Funktion funktioniert wieder, äh, Let's Play Uncharted, Drakes Schicksal, genau, das war's, äh, in der letzten Folge, ähm, sind wir, ja, hier rumgecruised, kann man schon sagen, tschüss, tschüss. Und, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wiedersehen, dass wir hier irgendwie wegkommen, würde ich sagen, hab ich keine Granaten mehr, ich glaub's wohl, ich glaub mein Schwein pfeift, so, hinter uns ist immer noch einer, Oh, oh, Klippe, nein, hast du nicht, tschüss. Wiedersehen. Äh, ja, so geht's auch. Äh, ich auch nicht. Oh, nein, festhalten! Oh, nein, festhalten! Nate! Okay, nimm meine Hand. Okay. Das war's. Alles klar? Bei mir, ja. Aber du, du blutest. Ach, das ist nur ein Kratzer. Nichts wie weg hier. Verdammt! Was? Komm schon! Wo soll's denn hingehen? Ey, Eddie! Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet mich los? Nein, nein. Die junge Dame hat nur eine Rundfahrt bei mir gebucht. Schnauze! Ihr arbeitet doch auch für die. Was? Ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten, stimmt's? Oh, nein! Verdammt, der Typ spinnt! Eddie, entspann dich, Kumpel! Ja, ihr habt leider verloren. Und sitzt hier fest. Also, her mit der Karte. Festhalten. Na gut, du hast mich. Das ist nur fair. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Eddie. Ich hol nur die Karte, ganz wie du willst. Ich sagte, festhalten. Mach ich. Dann gib sie her. Wie jetzt? Ich soll doch stillhalten. Dann wirst du sie dir wohl holen müssen. Die versungene Stadt. Daran erinnere ich mich. Äh, und die Typen sind auch schon hier. Na toll. Immerhin sind wir hier nicht alleine. Stattdessen bin ich aber meine AK los. Aber stimmt, wir wurden ja am Anfang, äh, gefangen genommen. Das ist halt nicht so nice. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab mir gar keinen Timer gestellt. Ich bin so intelligent. Das heißt, ich muss jetzt so ein bisschen nach, äh, nach Zeitgefühl gehen, was wahrscheinlich nicht so gut laufen wird. Ähm. Du bist so damn it unhöflich. Komm mal her, Schätzelein. Du siehst gar nichts. Uh, ich hab wieder einen AK. Ich dachte, ich würde das Ding da hinten treffen, aber das war anscheinend schon nicht mehr notwendig. Uh, Munition. Nice. Momentchen mal. Nee, ich dachte, ich hätte hier irgendwas glitzern gesehen, aber das war wahrscheinlich nur eine Illusion. Hm. Merkwürdig. So, einmal nachladen, bitte. Die Olle hat echt die ganze Zeit ihre Scheißkamera dabei, ne? Ach, naja. Scheint ja spannend zu sein. Schnell durch. Hätte vor der Brücke drehen sollen. Sehr witzig. Oh, komm her. Ich zeig dir was. Das Ding läuft noch? Aha. Schau mal her. Okay, siehst du dieses Hafengebäude? Dort mussten alle Schiffe, die hier anlegten, ihre Ladung löschen. Wenn der Schatz von Eldorado also hierher kam, dann wurde er genau hier entladen. Warte mal. Was war das? Was? Zurück. Ja. Äh, stopp. Aha. Das da. Damit können wir abhauen. Komm mit. Wieso denn abhauen? Gibst du auf? Hallo, unsere Freunde sind leider in der Überzahl. Bisher ging's doch gut. Ich weiß nicht. Elena, ich hab absolut keine Lust, dich auf dem Gewissen zu haben. Also los. Ach, komm. Du kannst ja aufgeben, wenn du willst, aber schieb's nicht auf mich. Gut. Ich bin's, okay? Ich gebe auf. Kommst du oder nicht? Und das war's? Du willst einfach so tun, als wüsstest du nichts von Drakes, Schatz? Unser Leben ist wichtiger als das hier. Okay. Okay. Hör zu. Wir müssen auf jeden Fall zurück zum Hafen. Mach nicht so ein Gesicht. Streiten können wir später. Das wird toll. Halt! Diesmal fahr ich. Okay. Warum? Liegt doch super beim letzten Mal. Verstehe das Problem nicht. Naja, die Stadt ist auf jeden Fall ganz cute hier. Äh, darf ich bitte? Danke. Ist hier nicht auch irgendwie was voll Crazies passiert? Ich steh das nicht. Hier verschwindet einfach eine ganze Kolonie. Wir kriegen Gesellschaft. Auf das Fass! Oh oh. Oh oh. Was hast du jetzt, du Held? Äh, einiges. Oh. Da sollte ich eventuell nicht gegenfahren. Das habe ich erst viel zu spät gesehen. Äh, ja. Wenn wir fahren, läuft es natürlich viel besser. Ist ja ganz klar. Kann man hier auch schießen? Okay. Äh. Wir können mit ihr schießen. Ah. Okay. Wir müssen die halt schon mal irgendwie triggern. Wiedersehen. So. Das triggern wir hier schon mal alles. Das macht uns nur so ein bisschen, äh, den Weg schwerer. Muss jetzt nicht sein. Wir haben eh unbegrenzt davon, glaube ich. Also hoffe ich wenigstens. Hi. Bye. Geh mal weg da. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah, wir müssen hier durch. Okay. I got it. Nerv nicht. Okay. Hier ist wieder mehr davon. So. Oh oh. Wiedersehen. Oh oh. So... Die hatten keinen Bock mehr und sind dann abgehauen. So würde ich es jetzt erklären. Finde ich gut, finde ich gut. Ich bin gern allein unterwegs. Den Gefallen tue ich dir gerne. Sauber durch die Stirn, bitteschön. Ich weiß jetzt nicht, ob es durch die Stirn war. Auf jeden Fall war es ganz sauber. Weird. Wieso legst du dich denn auf den Boden? Da hinten glitzert es. Es gibt hier halt keine Midi-Packs. Das finde ich schon ein bisschen annoying. Oh oh. Oh oh. Vielleicht glitzert es da hinten doch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich renne jetzt einfach erstmal kurz hierher. Vielleicht waren das doch einfach nur meine Schüsse. Divers, würde ich behaupten. Ja gut. Das fand ich jetzt nicht so nett. Nee, wir machen das erstmal wieder mit der Pistole weiter. Ach, man sollte schon ein paar mehr Checkpoints setzen können. Das wäre schon sehr sinnvoll. So, hier sind wir schon mal los. Ich glaube, ich kriege gerade echt einfach Muskelkater im Oberarm, weil ich hier die ganze Zeit so mehr oder weniger verkrampft sitze. Ach, Muskelkater beim Spielen. Das ist, äh, das ist doch mal interessant. Wiedersehen. Als nächstes habe ich dann Muskelkater vom Sitzen. Wiedersehen. So, hier müsste jetzt der Typ irgendwo sein. Hallo, hallo, hallo. Wiedersehen. Ne? See you around. Hm. Nee, das möchte ich nicht haben. Nee, ich glaube, ich habe mich einfach nur verguckt mit dem Glitzern. Nerv nicht. Oh, oh. Oh. Ach, komm. Och, das ist manchmal so unlogisch und so nervig. Jetzt muss ich, ach, als ob ich jetzt ab hier wieder anfangen muss. Och, nein. Also das muss ich echt sagen, das ist schon ein bisschen ein Kritikpunkt am Spiel. Dass man einfach so viel neu spielen muss, wenn man so schlecht ist wie ich. Hör auf, dich irgendwie ducken zu wollen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber ich glaube, wir haben hier ja nach und nach dann so ein bisschen unsere Möglichkeiten. Ach, komm. Wir kriegen so nach und nach, glaube ich, so den perfekten Plan hin, wie wir da durchkommen. Hoffentlich. Habe ich das nicht. Das finde ich aber nicht so nett, dass du das sagst. So. Er ist da drüben. Äh, lass das besser. Kann ich nicht empfehlen. Der Versuch war ziemlich unnötig. Uh, Munition. Äh, nachladen, bitte. Okay. Hi. Tschüss. So, jetzt müssen wir hier einmal kurz gucken, dass wir hier bestmöglich an Munition kommen. Sieht allgemein eher schlecht aus. Ich bleib jetzt einfach mal hier in Deckung. Ach, dass man die Schulter nicht wechseln kann, ist schon ein bisschen nervig. Ach, Mann. Nein, du hast mich nicht. Du hast mich nicht. Ich? Das hättest du besser gelassen, mein Freund. So. Äh, das ist jetzt nicht so meine Waffe. Oh, oh. Hier sind noch einige von denen. Okay, ich suche mir jetzt mal hier Deckung. Wieso passiert sowas eigentlich immer mir? Das frage ich mich auch manchmal. Sofort in Deckung! Ja. So. Gibt's hier jetzt noch? Mehr Munition für mich, bitte. Hm, nee. Gibt's wohl nicht. Naja, immerhin sind wir jetzt schon mal hier hochgekommen. Das ist ja auch schon mal was. Ich glaub, ich muss da jetzt echt rüberspringen. Hi. Nervnig. Aber wie soll ich da denn jetzt rüberkommen? Ähm, ah, okay. Cool. Und jetzt einmal kurz hier nachladen, bitte. Und hier nachladen, bitte. Kannst du bitte? Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Zum Turm, neues Kapitel. Alles klar? Es werden immer mehr. Noch seh ich nicht mehr. Erledige sie, Elena. Nervnig. Da ist schon irgendwo jemand. Perfekt. Genau das wollte ich auch bezwecken. Nervnig. Nervnig. Ich frag mich immer, wie die da hinkommen. Wir kommen hier irgendwie so null voran und die chillen da einfach in irgendwelchen Fenstern. Wir sind hier nicht in Amsterdam. Verdammt. So. Ich hab keine Ahnung, wo der Rückwärtsgang war. Deshalb versuche ich gerade, mich hier jetzt nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Stirb! Ich hab dich doch umgebracht. Stirb! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich fahr grad mal wieder zurück, bis wir wieder Gesundheit haben. So. Dann gucken wir jetzt mal, wo der Typ ist. Ah. Hm. Okay. Ich denke mal, wir müssen jetzt wieder dieses Tor irgendwie öffnen. Jetzt ist natürlich die Masterfrage, wie? Hm. Ich sehe hier jetzt noch keinen Steg. Ich frage mich gerade, ob ich gerade einfach nur blind bin. Tipp. Ah, schießen sie auf die Gewicht. Okay. Alles klar. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Ich würde aber auch sagen, die letzte Folge ist, glaube ich, ein bisschen länger geworden. Deshalb setzen wir an der Stelle... Du musst diesen Turm erreichen. Ich warte dann am Zollhaus auf dich. Wir setzen an der Stelle in Kati. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Bis dahin. Bis dahin.